Es wollte ein Mädchen früh aufstehen, drei Viertelstunden vor Tag, wollte in den Wald spazieren gehen, haju, haju, spazieren gehen, bis das der Tag anbrach. Und als das Mädchen in den Wald reinkam, da kam des Försters Knecht, Mädchen scher dich aus dem Walde, haju, haju, dem Walde, hier hat mein Herr sein Recht. Und als das Mädchen aus dem Wald rauskam, da kam des Försters Sohn, Mädchen willst du Brombeeren pflücken, haju, haju, sie pflücken, pflücke dir dein Körbchen voll. Denken willst du Brombeeren pflücken, haju, 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 wir pflücken, pflücken dir dein Körbchen voll. Einen ganzen Körbchen voll brauche ich nicht, eine Handvoll ist genug. Und er hat vier Brombeeren pflücken, haju, haju, sie pflücken, bis das der Tag anbrach. Und er hat vier Brombeeren pflücken, haju, haju, sie pflücken, ist das der Tag anbrach. grumbeeren pflücken, sie pflücken, hübchen voll brauche ich nicht, Warum wer ein hübsches Mädchen hat, der schick's nicht in den Wald. Denn im Wald da sind die Räuber, haju, haju, die Räuber, die verführen ein Mädchen bald. Untertitelung des ZDF, 2020